Hey Leute und ganz ganz herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute! Ja, ich möchte eine Ankündigung machen. Auf diese Idee bin ich nur von dem lieben Looper the Fox gekommen. Äh, bin ich durch Liga Becks. Mit ihr mache ich jetzt in der nächsten Zeit ein paar Videos. Und auch mit der lieben Armelie Perfisch. Wir arbeiten jetzt so ein bisschen zusammen. Na ja, jetzt kommt die große Ankündigung. Ich werde ein Musikvideo machen. Ich möchte doch nicht sagen, zu welchem Song genau. Ich hoffe, ich höre diesen Song. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ja. Also ich bin auf jeden Fall mega cool. Es ist ja eine perfekte Idee von Lina Beth. Vielen Dank auf die Idee. Und schon total. Wir haben schon... Ich habe schon die richtige Frisur. Die... dieser... längeren Pass. Wir haben uns hier schon ganz aufgewühlt. Es wird auf jeden Fall mega cool. Ja. Ich trage gerade ein Video. Das Video ist eine Ankündigung. Ich bin so... Ich freue mich auf jeden Fall. Kommt in der nächsten Zeit. Aber ich hoffe vor Weihnachten. Das kriegen wir auf jeden Fall Hände wieder. Also Looper the Fox. Und das ist dieses. Peace. Boah. Ich feier den Tag. Echt übel. Ja. Also es wird auf jeden Fall immer schwierig. Das ist ein bisschen weiter gewesen. Wir haben so... Äh... Wir haben auf jeden Fall ein paar Ideen. Okay, war es jetzt. Das war es. Das war es. Auf jeden Fall wieder einfällig. Und... Immer noch. Voll. Weil... Also... Mega Idee. Und auch ein... Geiler Start. Mal wieder einen YouTube reinziehen. Das heißt, einen YouTube reinzugehen. Ich bin einer Deutschmeister. Aber ich kann auf jeden Fall das nicht so verdrücken. Aber... Ja. Das war alles. Ciao und bleibt gespannt. Ich freue mich schon total drauf.